Tag 3. Nach dem spannenden Tag gestern sind wir sehr gespannt darauf, was uns heute erwartet. Heute geht es durch die Mecklenburgische Seenplatte und Nordbrandenburg nach Polen. Tag 3. Ab geht es wieder ins Gelände. Was für ein Anfang. Der Weg war frisch gegrubbert und das war richtig tiefer, reicher. Tag 3. Ab geht es wieder ins Gelände. Tag 3. Ab geht es wieder ins Gelände. Tag 3. Ab geht es wieder ins Gelände. Tag 3. Ab geht es wieder ins Klimкої Tag 4. Ab geht es weiter. Tag 3. Ab geht es mehr. Ich... Gott sei Dank nichts passiert. Der Weg schien endlos so weiter zu gehen, also sind wir umgedreht und haben das Stück gefahren. Nach vielleicht vier Kilometern Straße ging es dann wieder in die Wälder. Oh, ihr riesen Haupenscheißen, ach nee, stopp, nee, stopp, das ist ja gut. Oh, das ist ja gut, das ist ja gut. Oh, eine hübsche kleine Brücke zwischen zwei Seen. Da gab ein tolles Foto. Oh, das ist ja gut. Weiter ging es über diesen Singletrail, der am Ende noch an ein paar Häusern und Schrebergärten fährt. Oh, das ist ja gut. Komm mal ein bisschen Straße gefahren, ging es auch schon wieder in den Wald. Oh, das ist ja gut. 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 Das ist ja gut. Oh, das ist ja nicht. Oh, das ist ja gut. Oh, das kommt schon da hin. runter. Pass auf. Wir fahren so und dann müssen wir so, da oben hoch. Wir sind jetzt hier. Mal gucken gehen, ob wir da unten was finden. Wir haben zuerst einen Bach mit einem Biberdamm entdeckt. Kurz daneben eine schmale alte Holzbrücke. Da geht der Trailer weiter. Schnell ein paar umliegende Stämme zusammengesucht zum leichteren Auffahren. Und dann wird es losgehen. Es wird das Schreibe. Es wird das Schreibe. Es wird es kampf auf. Oh Gott! Tusha! Das war cool. Da haben wir uns eine kleine Pause verdient. Ein Wechsel von durchgeschwitztem Shirt musste auch sein. Was für ein geiler Tag. Es ging immer weiter durch die Wälder. Durch kleine Orte. Über Kopfsteinpflaster. Plattenwege. Die einfach zu Sandwegen wurden. Toll. Wirklich toll. Es hat einen riesen Spaß gemacht. Spannungsgeräte sind. Das war's. Das war's. In Schweden bogen wir dann Richtung Polen ab. Wir verquerten die Oder und somit die Grenze zu Polen. Wir fahren noch die 20 Kilometer bis zu unserer Unterkunft in Scheunach. Was für ein geiler Tag auf dem TET Deutschland. Morgen geht's auf dem TET Polen weiter immer nach Osten. Tag 4. Nachdem wir gestern die Grenze zu Polen passiert haben, geht es ab jetzt auf dem TET Polen. Wir fahren den Nordanschnitt bis an die litauische Grenze. Heute sollen es 254 Kilometer von Scheunach bis nach Slotow werden. Scheiße! Beim Ankicken nach dem Tanken ist bei meiner TT der Seitenständer gebrochen. Die Karre ist umgekippt und der Schalthebel hat ein Loch in den Lichtmaschinendeckel geschlagen. Also hingestellt das Ding, Werkzeug raus. Gut, dass ich immer Kaltmetall dabei habe. Die Stelle am Deckel schleifen, das Loch zuspachteln, trocknen lassen, fertig. Den Seitenständer hat ein ortsansässiger Mechaniker für 15 Euro nicht einfach nur geschweißt, nein, auch direkt am Roped angepasst und neu lackiert. Vielen Dank dafür nochmals. Kurze Zeit später waren wir wieder unterwegs. Und typisch für Polen ging es außerhalb von weiten Feldwegen über ein großes Kopfschrank. Aber hauptsächlich durch die Wälder Hommerts. Es muss die letzten Tage hier noch ordentlich geregnet haben, denn es sollte teilweise richtig matschig werden. Wir sind in Deutschland ganz anders aussehen. Wir sind in Deutschland ganz anders. 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 Wir sind in Deutschland ganz anders aussehen. Wir sind immer unterden, es geht nicht nur mit einem Schiff. Und da ist das Päute ist das Päute liegt, Es ging ein Feldwegen, ständig an riesigen Feldern vorbei. Kaum zu glauben, aber das ist eine offizielle Straße. Das habe ich mich angenommen. Ich glaube, es ist nicht so gut. Ich habe es nicht so gut, ich habe es nicht so gehalten. Ich habe es nicht mehr so gehalten, ich habe es nicht zu glücklich. Ich habe es nicht gehalten. Ich habe es nicht montiert. Ich habe es nicht so glücklich. Hallo. War gut, dass ich meine Brille ausgedrückt habe. Das ist doch gut, dass ich meine Brille ausgedrückt habe. Das war schon cool, durch diesen grünen Tunnel zu fahren. So lange zu fahren. Und das ist auch schön. Und aus dem Nichts sind plötzlich diese tolle Straße. Oh, zu früh gefreut. Und dann das übliche. Abzweifeln, umdrehen, weiter geht's. Was uns in den Wäldern Polens sehr gefallen hat, war das Abwechslungsreiche. Die verschiedenen Arten der Wälder, das hügelige, das ständige rauf und runter, die verschiedenen Untergründe, Sand, Schotter, Feldwege, Matsch. Es war alles dabei und es war immer und jeden Tag so. Das war alles dabei. 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 Und da sind sie, die nächsten netten Waldarbeiter. Und wieder über endloses Kopfsteinpflaster. Aber was soll's. Durch den Triumph von Miss Bobo Witze. Untertitelung des ZDF für funk, 2017. Untertitelung des ZDF für funk, 2017. Wow, was für ein cooles Moor. Diese Moore oder Sumpftümpel gibt es im gesamten Norden Polens. Und wir haben noch viele, viele, viele davon gesehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017. Eine kurze Rast an einem der vielen großen und zahllosen Seen. Und weiter über nicht enden wollendes Kopfsteinpflaster. Aber diese Hecke war schon cool. Frisch geschnitten. Kerzen gerade dran lang. Ich denke, das hatte schon was. Ich denke, das war's. 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 Noch eine kurze Pause. Unterwegs im Wald. Die Überreste eines Abenteurers sind lange vor unserer Zeit. Es war schon wirklich spät geworden, als wir am Hotel ins Noto ankamen und unser Zimmer bezogen. Bei einem super leckeren Cordon Bleu und Bieren den Tag ausklingen müssen. Weiter auf dem Pet im nächsten Teil.